Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und natürlich für die nette Einladung hier nach Wien. Ich habe das gerade schon erzählt, ich bin heute nämlich schon notgelandet. Also die Freiheit, mobil zu sein, ist natürlich auch eine riskante Freiheit. Jedenfalls, wenn Dinge nicht funktionieren, wenn man aufgehalten wird oder wenn die Transportmittel nicht so funktionieren, wie man das gerne möchte. Ich kann heute leider nicht selber durchklicken, daher bin ich auf Assistenz angewiesen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen im Prinzip so ein bisschen mit der ersten Folie an, weil ich jetzt auch aus Anlass des Festivals die Frage der Freiheit natürlich mit der Frage von Grenzen und Mobilität in irgendeiner Weise verknüpfen muss. Und wenn man sich da in der normativen Theorie, in der Diskussion der politischen Philosophie umschaut, gibt es eine ganze Menge an Anknüpfungspunkten, warum vielleicht Mobilitätsfreiheit auch zu so etwas wie dem Kernbestand von Freiheit oder von unserem Freiheitsbegriff mit dazugehört. Und das kann man sich ja schon leicht vorstellen. Was ist eigentlich das Gegenteil von Freiheit? Ja, das ist das Gefangensein. Also das Gefängnis ist zum Beispiel der Inbegriff von Unfreiheit. Und da geht es eben hauptsächlich darum, dass man immobilisiert wird, dass man an einem Ort kaserniert oder festgehalten wird, dass man in eine Zelle gesperrt wird. Und von daher ist die Vorstellung, die wir heute haben von Freiheit, natürlich unglaublich eng mit der Idee von Bewegung verknüpft. Es gibt viele liberale Theoretiker, die sozusagen die Mobilitätseinschränkungen, die wir alle oder global auch immer noch haben, durchaus als Problem thematisieren. John Rawls hat das weniger gemacht, weil er eben stark in nationalgesellschaftlichen Zusammenhängen gedacht hat. Aber es gibt viele, die gesagt haben, also wenn man an Rawls zu Ende denkt, dann müsste man eigentlich auch so etwas wie ein Grundrecht auf globale Mobilität festschreiben. Warum ist das so? Ja, weil natürlich die Gesellschaft, die Mobilität einschränkt in globaler Hinsicht oder Mobilitätsrechte sehr ungleich vergibt, ja eigentlich eine forderalistische Gesellschaft ist. Und ich werde jetzt in meinem Vortrag so ein bisschen versuchen zu zeigen, dass wir doch global so etwas wie ein Mobilitätsadel haben und viele andere auch im Zuge der Globalisierung eigentlich zunehmend von Mobilität ausgeschlossen sind. Also wenn man jetzt als Außerirdischer auf die Erde sich zubewegen würde, dann wäre die Erde eigentlich so parzelliert, so kleine Waben, kleine nationale Territorien, gibt auch ein bisschen größere und ein paar der Bienen, die hängen dann da fest und andere, die können dann zwischen diesen unterschiedlichen Waben einfach hin und her fliegen. Und die erste Idee, die man hat, ja es gibt ja irgendwie einen Mobilitätsadel, da gibt es einige, die haben einfach einen anderen Status. Und der Begriff im Prinzip von Feudalismus, der bezieht sich eben auf die starke Verknüpfung von Status und Rechten. Und darum geht es auch in dieser Mobilitätsfrage. Also die Idee, dass die globale Gerechtigkeit und Fairness vielleicht so etwas wie ein normatives Fundament für die Frage der Mobilität sein könnte, das ist eine zweite, die man dann nennen könnte. Und es gibt eben auch viele, die sagen, dass eigentlich ja auch rechtlich wir keinen fundamentalen Unterschied machen sollten zwischen zum Beispiel Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, also letzten Endes die Mobilitätsfreiheit, vom Freiheitstypus so etwas Ähnliches sein sollte. Und es gibt natürlich zurückgehend auf Kants Weltbürgertum diese Idee der Hospitalität. Die bezieht sich nicht auf dauerhafte Migration, sondern im Prinzip auf die Bereitschaft, auch Menschen, die kurzfristig kommen und sich aufhalten wollen und auch die Regeln sozusagen des Hauses nicht verletzen, denen letzten Endes auch Mobilitäts- oder Bewegungsfreiheiten einzuräumen. Ich muss Sie leider immer bitten, es kommen doch eine ganze Menge Folien. Also, wenn wir heute über so etwas reden, dann kann man natürlich nicht den Begriff der Globalisierung außen vor lassen, weil das ist im Prinzip ein sehr schillernder und ein sehr attraktiver Begriff über lange Zeit gewesen. Manche haben ihn natürlich mit dem Begriff der Neoliberalisierung verbunden, aber viele haben auch Globalisierung in so ein Entgrenzungsnarrativ eingebunden. Also Globalisierung, was heißt das eigentlich? Größere Publisität von Grenzen, größere, mehr Bewegung über Grenzen hinweg, auch neue Freiheitserfahrungen und das nicht nur in Bezug auf die Bewegung von Kapital, Gütern, kulturellen Artefakten oder Dienstleistungen, sondern durchaus auch bezogen auf die Bewegung von Menschen. Und es gibt eine ganze Reihe von Publikationen, die dann solche Catchwörter formuliert haben. Also, die Welt ist flach, wir leben in einem globalen Dorf, es gibt eine Welt ohne Mauern. Das waren im Prinzip diejenigen, die doch uns ein bisschen übereuphorisch, wie ich finde, versucht haben, die Globalisierung als weltumspannendes Prinzip schmackhaft zu machen. Auch Jürgen Habermas hat in einem kleinen Büchlein, die Postnationale Konstellation, letztendlich so ein Bild gebraucht, dass er gesagt hat, ja, was sind Grenzen eigentlich? Die sind eigentlich Schleusen, die man von innen bedient, um die Zu- und Abflüsse, so wie man sie gerne braucht, dann so einzurichten und zu regulieren. Aber unter Bedingung von Globalisierung werden eigentlich die Ströme so stark, dass es den Staaten nicht mehr gelingt. Also die Staaten werden verunmächtigt und die Ströme laufen dann drumherum. Also was immer die Staaten machen wollen, sie verlieren eigentlich ihre Möglichkeit zur effektiven Grenzkontrolle. Und das bezieht sich nicht nur auf die Kapitalmobilität, sondern viele, auch in der Literatur findet man das häufig, haben das auch verbunden mit einer Idee zunehmend offener oder durchlässiger Grenzen. Und de facto sehen wir das eben auch, dass es ein Mehr an Grenzüberschreitungen gibt, eine Veralltäglichung von grenzüberschreitenden Erfahrungen. Für Deutschland gibt es aus den 50er Jahren eine Studie, da wurden Leute mal gefragt, ja, ob sie schon mal in ihrem Leben im Ausland waren. Und da waren das, glaube ich, 30 oder 40 Prozent der Befragten, die gesagt haben, ja, ich war in meinem Leben schon mal im Ausland, 60 Prozent im Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen, als Besatzungssoldaten und so weiter. Wenn man heute Leute in Österreich oder in Deutschland fragt, sind sie im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten, wir lassen mal Corona jetzt außen vor, im Ausland gewesen, dann sagen 60, 70, 80 Prozent in den letzten zwölf Monaten bin ich, habe ich irgendwann mal eine Grenze überschreitend. Das heißt, die Normalität der Grenzüberschreitung, die hat so enorm zugenommen, dass wir doch wirklich alle glauben, das sei jetzt sozusagen Teil eines möglicherweise kosmopolitischen Lebensstils geworden. Wir können das selber auch natürlich mit Daten messen. Und zwar sieht man hier mal so Daten von internationalem Tourismus. Und da kann man eben sehen, in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, waren es ungefähr 25 Millionen Menschen, die pro Jahr als Touristinnen oder Touristen eine Grenze überschritten haben. Wir waren dann vor Corona bei 1,4 Milliarden Menschen. Also wirklich eine Welt in Bewegung. Die Grenzen sind jedenfalls für diese Menschen hier auf jeden Fall nicht mehr Mobilitätsbarrieren, sondern sie sind in der Lage, sie irgendwie zu überschreiten, auch wieder zurückzugehen. Also unentwegt sich irgendwie über Grenzen hinweg zu bewegen. Und die ganzen Ideen, die wir haben zur Entstehung eines transnationalen Raums, zur globalen Zirkulation, zu neuen Migrationsbewegungen und Wellen, die sind natürlich stark mit so einer Idee der Globalisierung verknüpft. Und das hier ist ein Plakat, das hat die Piratenpartei mal vor ein paar Jahren in Berlin aufgehängt für die Europawahl. Und was steht da drauf? Grenzen sind so 80er. Das ist vielleicht eine typisch Berliner Erfahrung. Ich lebe ja selber schon viele Jahre in Berlin, dass man sagt, ja, die Berliner Mauer ist gefallen. Überhaupt sind die Blockgrenzen zwischen Ost und West irgendwie uns abhandengekommen. Und es gibt den Schengen-Raum. Also das war letzten Endes für die 1990er und auch die Nullerjahre so wirklich so eine ganz wichtige Erfahrung, dass man gesagt hat, das geht eigentlich immer so weiter mit dieser Entgrenzung. Das, was wir heute erleben, da sind wir vielleicht sozusagen Pioniermilieus, aber letzten Endes ist das etwas, was auch vielen anderen früher oder später zugute kommen wird. Ich selber sage, ja, Grenzen, auch Grenzkontrolle, auch Mauergrenzen sind keine Relikte der Vergangenheit, sondern sie sind sehr gegenwärtig. Sie werden unter Bedingungen der Globalisierung sogar noch wichtiger. Und ich benutze diesen Begriff, also Grenzen als Sortiermaschinen, die eigentlich in zweierlei Hinsicht sortieren. Einerseits räumlich, also Grenzen sind ja Raumtrenner. Die sind eben da, wo zwei Räume aneinanderstoßen. Dann können sie als Mauergrenzen, als Zäune, als Stacheldrahtkonstruktionen auftreten. Aber Grenzen sind natürlich auch Sortiermaschinen im Hinblick auf die Filterung oder die Selektivität von Mobilität. Also keine Grenze ist offen per se oder offen für alle. Die meisten Grenzen schließen Menschen aus. Es gibt aber auch weltweit keine Grenze, die eine vollständige Schließungsgrenze ist. Also selbst die Grenze, die dichteste Grenze weltweit zwischen Nord- und Südkorea, da gibt es Besucherzentren, da gibt es Leute, die auch mal diese Grenze passieren, sehr, sehr wenig. Wir haben viele sehr stark gesicherte Grenzen, die sozusagen hochfrequentiert überschritten werden. Also die Grenze zwischen USA und Mexiko, jeden Tag hunderttausende Menschen, die da hin und her sich bewegen und vielleicht im anderen Land arbeiten, Familie besuchen, als Touristen unterwegs. Die meisten Grenzen sozusagen befinden sich irgendwo im Spektrum zwischen sehr starker Offenheit und Schließung. Aber die Extreme werden relativ selten besetzt. Ich selber sage in diesem Buch, ja, was heißt Globalisierung eigentlich? Globalisierung heißt für mich nicht mehr Öffnung, sondern Globalisierung heißt Öffnung und Schließung zugleich. Also es ist ein sehr janusköpfiger, doppelbödiger Prozess, der letzten Endes zu so etwas führt, wie eine Restratifikation von globalen Mobilitätsrechten. Also die These ist eigentlich, dass wir im Zuge der Globalisierung nicht ein Mehr von Mobilität, auch ein Mehr von Mobilitätsberechtigung für alle finden, sondern wirklich ein Auseinanderbewegen von Mobilitätsprivilegien, also die Frequent Flyers und Mobilitätsausschluss. Mobilisierung und Immobilisierung sind zwei gleichzeitig miteinander und vielleicht auch kokonstitutive Prozesse der Globalisierung. Das ist eben eine völlig andere Denkweise als dieses Öffnungsnarrativ, das ich Ihnen eingangs vorgestellt habe, wirklich zu sagen, ja, hier finden zwei gegenläufige Prozesse statt und wir haben eigentlich für lange Zeit immer nur auf diesen Öffnungsprozess geschaut. Da könnte man sich jetzt drüber unterhalten, warum das eigentlich so ist. Warum wir da so eine Myopie haben, im Prinzip auf die positiven Effekte. Aber de facto, wenn man die Literatur sich anschaut, dann gab es eben eine starke Tendenz, Globalisierung so einseitig zu interpretieren. Und wenn immer ich das mal vorgestellt habe, von Schließungsglobalisierung zu sprechen, dann sind die Leute eigentlich so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen und gesagt, das geht doch nicht, das ist doch Antiglobalisierung. Und ich habe gesagt, nein, das ist sozusagen inhärent Teil der Globalisierung selbst. Das ist nicht Gegenglobalisierung, das ist nicht Antiglobalisierung, sondern Schließungsglobalisierung gehört zur Globalisierung genauso dazu wie Öffnungsglobalisierung. Das ist kontraintuitiv, das räume ich ein, aber ich glaube, man kann das sehr, sehr gut erklären. Ich möchte Ihnen im Folgenden sozusagen das ein bisschen natürlich empirisch belegen, dass das hier nicht als These so im Raum stehen bleibt und Sie dann sagen, ja, das kann ja jeder behaupten. Ich fange mal an mit sozusagen einem Prozess, der für mich selber auch frappierend war, seit ich ihn jetzt auch empirisch intensiver untersuche. Das ist die Rückkehr der Mauergrenze. Wir sagen ja, die Mauer ist gefallen, 9. November 1989 und danach sind dann auch ganz viele andere Grenzen innerhalb von Europas offener geworden. Aber de facto sieht man, hier ist auch wieder Daten seit den 40er Jahren, aber seit den 50er Jahren hatten wir weltweit immer so 10, 12, 15 sogenannte fortifizierte Grenzen. Also Mauergrenzen, Grenzen mit Stacheldraht, also Grenzen, die wirklich als starke Barrieren oder Bollwerke versuchen, Bewegung über Grenzen hinweg aufzuhalten. Sie hatten klassischerweise natürlich auch eine militärische Funktion, die ist heute vielleicht nicht mehr ganz so dominant. Und dann sieht man im Prinzip, ja, wenn wir die Globalisierung jetzt auf die 90er Jahre sozusagen als besonders dynamisch datieren, dann sieht man das genau zu dem Zeitpunkt, wo die Globalisierung relativ stark einsetzt im Hinblick auf die Mobilität von Personen, aber auch von Kapital, Dienstleistung. Genau in dem Moment fängt eigentlich sozusagen dieses Mauerbauchfieber an. Da fangen Staaten an, Mauergrenzen zu errichten, ihre Grenzen zu härten, ihre Grenzen mit physischer Infrastruktur besser auszustatten. Das hier hört jetzt 2018 auf, wenn ich das jetzt nochmal fortgeführt hätte, sind jetzt schon wieder irgendwie sieben oder acht Mauergrenzen dazugekommen. Die letzte, die gerade jetzt gebaut wird zwischen Polen und Belarus, auch ein Zaun über 200 Kilometer lang, fünfeinhalb Meter hoch, über 300 Millionen Euro teuer. Das heißt, wir sind jetzt schon bei fast 80 dieser Mauergrenzen weltweit. Ja, und was sind das so für Mauergrenzen? Ja gut, einige kennen sie natürlich, die sind auch nicht neu. Das hier ist die, eine sozusagen Leistungsschau von Bauunternehmen in den USA und das ist eine Städte, die Donald Trump dann besucht hat, um zu gucken, wer da sozusagen die eindrucksvollsten, eindrucksvollsten Mauerelemente verkaufen kann für den Bau der Mauer zwischen Mexiko und den USA. Das hier ist eine neu gebaute Grenze zwischen Ungarn und Serbien. Auch das ist sozusagen im Prinzip eine innereuropäische Grenze, die es früher niemals gab, aber die sich jetzt sozusagen auf der Balkanroute, die von Orban so gebaut worden ist, zum Teil natürlich auch mit innenpolitischen Gründen und wir haben selber auch empirische Forschung da an dieser Grenze gemacht und eine Mitarbeiterin hat da schöne Schilder gefunden, in Ungarisch interessanterweise, wo dann Geflüchtete adressiert werden, doch in ihre Heimatländer zurückzukehren und eben nicht in Englisch oder in Farsi und die Idee dahinter ist natürlich, dass es eine Botschaft an das eigene Publikum ist und nicht an diejenigen, die da eigentlich kommen. Und hier eine dritte Grenze. Solche Grenzen, die haben Sie selber erlebt. Es ist eine Corona-Grenze zwischen Baden-Württemberg und, ich glaube, unter Schweiz ist das hier, ja, unter Schweiz. Ja, und sozusagen das ist eine temporäre Grenze, die wir jetzt eben auch gesehen haben und das war letzten Endes diese Corona-Zeit auch natürlich eine Grenzerfahrung, die global stattgefunden hat und wo wir alle zum ersten Mal oder die meisten von uns wahrscheinlich zum ersten Mal auch das Gefühl des territorialen Einschlusses hatten, dass, ja, sonst weltweit wahrscheinlich die Mehrheit der globalen Bevölkerung, ja, tagtäglich auch kennenlernen. Es gibt große Diskussionen um diese Mauergrenzen, nämlich darum, ob sie nun tatsächlich Migration verhindern oder nicht tatsächlich wirklich effektiv sind. Und da kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber dass sie Wirkung haben im Hinblick auf die Mobilität von Personen, ich glaube, das ist unbestritten. Wir wissen auch, dass sie sozusagen grenzüberschreitende Mobilität und vor allen Dingen irreguläre Migration ganz stark behindert. Wo findet man jetzt diese Grenzen? Ja, man müsste schon sagen, ja, letzten Endes global, überall. Also das ist jetzt nicht nur ein Phänomen der Festung Europa, wo wir jetzt eben sehen können, dass im Prinzip um Europa insgesamt herum solche ausgehärteten Grenzen entstanden sind, sondern wir finden sie auch zwischen Südafrika und Botswana, zwischen Saudi-Arabien und Jemen. Wir finden sie letzten Endes in allen Regionen weltweit, in Demokratien, aber auch in Autokratien, in Armen, wie auch in reichen Ländern, in Ländern, die viel Migrationsdruck haben, aber auch in Ländern, die relativ wenig Migrationsdruck haben, wo sie dann aus anderen Gründen gebaut werden. Wir selber haben einen globalen Datensatz gebaut, um das mal so regional ein bisschen zu verteilen, wo wir im Prinzip, ja, jetzt 600 Grenzen, Landgrenzen weltweit in ihrer Infrastruktur kartiert haben, um zu gucken, sozusagen, wo binden sich eigentlich Veränderungen dieser Grenzeinfrastruktur und welche, wo gibt es starke und wo gibt es schwache Grenzen? Wir haben die so ein bisschen klassifiziert. Wir haben gesagt, es gibt so No-Man's-Land-Borders. Also es sind im Prinzip ja häufig Grenzen an schwer zugänglichen Territorien, die enden dann irgendwo in der Sahara und so weiter, die sind nicht befestigt, weil da relativ wenig grenzüberschreitende Bewegung da ist. Dann haben wir Grenzsteingrenzen, das ist so eine typische Schenkengrenze, die ist noch irgendwie markiert und man kann sie möglicherweise auch noch sehen. Manchmal sieht man sie auch gar nicht, aber sie sind letzten Endes sind deinstitutionalisierte Grenzen. Wir haben Grenzen, die nennen wir Barrieregrenzen. Da gibt es Teil, sozusagen Sperrungen, nicht über die gesamte Grenzfläche, aber man kann sie noch irgendwie überschreiten. Im Wald gibt es dann mal einen gleichen Zaun, aber es ist nicht so stark militarisiert, es ist auch nicht so stark sozusagen durch Personal aufgerüstet, dass man diese Grenzen nicht immer mehr überwinden könnte. Aber an der Grenzkontrollstation wird tatsächlich Kontrolle ausgeübt. Und dann haben wir Barrieregrenzen, die sind schon ein bisschen stärker und dann haben wir sogenannte fortifizierte Grenzen. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt und das zum Beispiel mit den 80er-Jahren vergleicht, dann kann man eben sehen, dass Barrieregrenzen und Fortifizierung in den 80er-Jahren so ungefähr fünf Prozent aller Grenzen, Landgrenzen weltweit waren und heute sind es um die 20 Prozent. Also jede fünfte Grenze weltweit ist eine stark gesicherte, stark kontrollierte Grenze. Und dann müsste man sagen, im Prinzip als Schlussfolgerung daraus, die Globalisierung hat uns nicht nur größere Konnektivität beschert, sondern auch ein größeres Abgrenzungs- oder Grenzziehungsbestreben mit sich gebracht. Das findet eben beides gleichzeitig statt. Und warum das so ist? Ja, weil Globalisierung bedeutet, dass man nur sozusagen die guten, die willkommenen, die wirtschaftlich interessanten Formen der grenzüberschreitenden Bewegung zulassen möchte. Ja, was ich sozusagen, die militärische Funktion von Grenzen wird schwächer. Das ist so eine These, die ist auch wissenschaftlich gut belegt, obwohl wir jetzt natürlich wieder Beispiele kennen, wo das nicht der Fall ist. Und der Grenzkonflikt in vielen afrikanischen Ländern, aber auch im post-sowjetischen Raum gibt es ja auch eine Zahl von Grenzkonflikten bis hin zu imperialen Eroberungskriegen brutalster Art, die deuten natürlich darauf hin, dass es auch immer noch ums Territorium geht. Es geht nicht nur um grenzüberschreitende Mobilität. Aber wenn man die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sich anguckt, sieht man, dass die Grenzen eigentlich relativ stabil sind. Also das Verschieben von Grenzen ist eigentlich der Ausnahmefall. Und das war bis zum Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht der Fall. Da hätte man im Prinzip eine globale Landkarte nehmen können und die dann sozusagen immer mal 20 Jahre erneuern. Da hätte man schon gesehen, dass sich viele Grenzen auch über die Zeit verändert haben. Und seit 70, 80 Jahren ist das relativ stabil mit doch jetzt so einer drastischen und auch erschütternden Ausnahme der Versuche, territorialer Eroberung wieder hochfähig zu machen. Gut, wo finden sich eigentlich diese Grenzen? Ja, meistens finden sich die Grenzen dort, wo unterschiedliche politische Systeme aufeinander stoßen. Und noch stärker ist sozusagen der Faktor des Wohlstandsgefälles. Also wenn sie sehr starke Wohlstandskluft zwischen benachbarten Ländern haben, dann findet man in der Regel dort eine relativ starke Grenze, weil es eben da auch Migrationsängste gibt. Aber wir haben auch andere Grenzen, zum Beispiel zwischen Marokko und Algerien, die eben zum Beispiel auf Animositäten oder auch eingefrorene Konflikte zurückzuführen sind. Aber wir haben auch in autoritären Staaten Grenzen, die sich zum Beispiel nach innen auf die eigene Bevölkerung und die Mobilitätsverhinderung der eigenen Bevölkerung richten. Und das wäre jetzt der Fall zum Beispiel in Nordkorea, dass die eigene Bevölkerung eben gar nicht so ohne weiteres ausreisen darf. Gut, ich will ein bisschen was dazu sagen, warum ich eben glaube, dass Grenzen heute stärker filtern als früher. Ich glaube, Risiko, der Risikobegriff ist ein Schlüsselbegriff, um heutige Grenzen zu verstehen. Alles dreht sich darum und alles dreht sich darum, Grenzen letzten Endes zu sehr effizienten, sehr geräuscharmen, sehr tiefgreifenden, semipermeablen Filtern umzubauen, die erwünschte Formen von Mobilität erleichtern und im Prinzip die Grenze als Störung verschwinden lassen und vielleicht sogar aus dem Bewusstsein, aus dem Horizont verschwinden lassen und zugleich effizient unwillkommene, risikoreiche, also in Anführungszeichen, also diejenigen, die als risikoreich politisch definiert werden, dann auszuschließen. Also die Grenzdurchlässigkeit wird immer selektiver und man kann das zum Beispiel sich mal vergegenwärtigen, dass wenn wir heute über globale Mobilität sprechen, dass zum Beispiel 80 bis 90 Prozent der Weltbevölkerung noch nie ein Flugzeug betreten hat. Also jährlich reisen nur zwei bis drei Prozent der Weltbevölkerung überhaupt mit einem Flugzeug, 50 Prozent aller Flugreisen werden von den Europäern durchgeführt weltweit, sie erstellen aber nur 16 oder 17 Prozent der Weltbevölkerung, man könnte es auch andersrum sagen, also fast 20 Prozent der Weltbevölkerung leben in Afrika, de facto sind nur drei Prozent aller Reisen weltweit durch Menschen aus afrikanischen Ländern, werden die durch diese durchgipfelt. Also es gibt eine unglaublich starke Asymmetrie dieser globalen Bewegung, der grenzüberschreitenden Bewegung. Und es gibt sozusagen in diesem Spiel Gewinner und Verlierer, also das, was ich sage, also es gibt eine Maximierung von Mobilitätschancen, vor allen Dingen für den globalen Norden oder für die reiche OECD-Welt und gleichzeitig sozusagen Mobilitätsverluste oder Mobilitätseinschränkungen oder sogar Formen der Immobilisierung für Länder des globalen Südens. Und da sind besonders afrikanische Staaten herauszuheben. Wir selber haben so einen Datensatz kreiert, der zu zwei Zeitpunkten im Prinzip alle 200 Länder der Welt erfasst oder ein bisschen weniger sind das. Und die guckt, wie gibt es eigentlich visumfreies Reisen wechselseitig? Warum ist visumfreies Reisen so ein interessanter Indikator? Weil das sozusagen die stärkste Determinante dafür ist, ob Reisen überhaupt stattfindet. Wenn Sie eine Visumpflicht einführen, gibt 70 bis 80 Prozent weniger grenzüberschreitende Mobilität. Es gibt auch weniger Direktinvestitionen, weniger Handel und wirtschaftlichen Austausch. Aber ganz, ganz wichtig ist sozusagen die Beschränkung von Reisen, weil es sehr, sehr mühselig wird, ein Visum zu beantragen, noch teuer seinen Pass dorthin zu schicken. Und da können wir eben sehen, das ist so die Verteilung von 1969, die ich jetzt hier zuerst habe. Da gibt es ein paar Länder, die sind Ausreiser. Das sind die sogenannten, also man spricht auch vom Power of Passports, das sind die starken Länder, deren Bürger in viele andere Länder visumfrei reisen können. Und dann gibt es so ein paar großen Schwung von Ländern, die so ein bisschen links verteilt sind. Jetzt zeige ich Ihnen mal die Grafik für 2010, 2020 haben wir gerade gemacht. Da sieht das so ähnlich aus. Und da sieht man im Prinzip eine Bifurkation. Also man sieht eigentlich so eine u-förmige Verteilung. Also viele Länder, die sehr, sehr wenig Mobilitätsmöglichkeiten haben und Länder, die sozusagen sehr viel Mobilitätsmöglichkeiten haben. Also das geht wirklich so stark auseinander und in der Mitte findet sich niemand. Und wenn ich Sie jetzt raten lassen würde, wer da sich auf der rechten und auf der linken Seite befindet, dann würden Sie relativ leicht das Muster erkennen, wer das eigentlich ist. Das sind im Prinzip die Usual Suspects, also das sind dann irgendwie Dänemark und Deutschland und die USA, die da rechts stehen. Und links stehen dann Länder wie Afghanistan oder Somalia, Syrien. Das sind im Prinzip diejenigen, die in wenigen Ländern. Wenn ich Ihnen diese 69er-Daten vorlegen würde, dann könnten Sie nicht so ohne weiteres sagen, wer ist eigentlich auf der Gewinner- und der Verliererseite. Sie würden auf der Gewinnerseite Länder finden, die man dort überhaupt nicht erwartet. Und auf der Verliererseite ebenso, also das ist zum Beispiel ein Land wie Portugal, Menschen aus Portugal konnten 1990 ganz, ganz wenig andere Länder überhaupt erreichen. Also da sieht die Verteilung ganz, ganz anders aus und hat sich jetzt sehr stark sozusagen entlang der Wohlstandshierarchie entwickelt. Also Wohlstand, ökonomische Potenz und Mobilitätsrechte gehen ganz eng zusammen. Die Gewinner sind im Prinzip die reichen Demokratien. Wir haben auch ein paar Länder, vor allen Dingen arabische Ölländer, wo die Menschen in viele Länder visumfrei reisen können. Aber der stärkste, allerstärkste Faktor ist im Prinzip der ökonomische Wohlstand, nachdem sich so eine globale Mobilitätshierarchie dann stratifiziert. Ich habe jetzt etwas zur Selektivität gesagt, etwas zur Fortifizierung von Grenzen. Ganz, ganz wichtig für die Veränderung von Grenzen heute ist all das, was man so unter dem Titel Smart Borders diskutiert. Als Donald Trump 2019 5,7 Milliarden Budget einplanen wollte, um die Mauer zu Mexiko zu bauen, da haben die Demokraten geantwortet, ja, die Mauer ist eigentlich ein Relikt der Vergangenheit. Heute geht es eigentlich um Smart Borders oder virtuelle Grenzen. Das ist die Zukunft. Und er kommt uns jetzt im Prinzip mit dieser Klamotte. Und deswegen sind wir auch nicht bereit, das zu finanzieren. Smart Borders, also intelligente Grenzen, versprechen in gewisser Weise die Herstellung von Sicherheit durch neue Technologien oder durch Digitalisierung. Das ist der Oberbegriff für eine ganze Reihe von neuen Instrumenten und auch sozusagen technologischen Ansätzen. Nutzung von Datenbanken, algorithmische Risikoanalyse, biometrische Identifikation, auch automatisierte Kontrolle, Tracking- und Tracing-Verfahren, Audio- und Videoüberwachung, Wärmebilder, sozusagen in grenznahen Räumen. Man kann im Prinzip unterscheiden. Also einerseits geht es um die Überwachung der Grenze selbst, dass man jetzt im Prinzip vielleicht gar keinen Zaun mehr braucht oder gar keine Mauer mehr braucht, sondern wirklich durch Wärmebildkameras, durch Infrarot, durch Bewegungsmelder erfassen kann, ob wer da über die Grenze kommt, ob das Tiere sind oder ob das Menschen sind. Und dann kann man darauf reagieren. Aber viel, viel wichtiger und interessanter für mich ist im Prinzip der Einsatz von bestimmten Kontrolltechnologien beim Grenzübertritt selbst, also bei dieser Art von Sortierung an der Grenze selbst. Und das kennen Sie alle, wenn Sie sozusagen Grenzen überschreiten, vor allen Dingen an internationalen Flughäfen, dass doch angefangen wurde, einzelne Kontrollschritte an Maschinen zu delegieren, dass es nicht mehr Beamtinnen und Beamte notwendigerweise machen. Manchmal spricht man auch von sogenannten Big Borders in Anlehnung an Big Data, also Grenzen, die selber sozusagen sich datafizieren, aber auch die Personen, die Grenzen überschreiten, zu Daten machen. Also auch als Daten, die selber dann auch zirkulieren und weitergegeben werden können. Warum sind diese Smart Borders so interessant? Ja, weil sie einerseits die Kontrolltiefe substanziell vergrößern. Also man weiß viel, viel mehr über die Person. Man hat nicht nur einen Pass, klassifiziert eine Person als vertrauenswürdig, sondern man hat tatsächlich Personeninformationen, einen digitalen Schatten, den man auslesen und auswerten kann. Aber diese Grenzen lassen sich natürlich auch auf ein viel höheres Personenaufpunkt kalibrieren. Also die größten Flughäfen weltweit, die müssen über 100 Millionen Passagiere abwickeln und kontrollieren. Und Kontrolle ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess. Und wenn man Leute befragt und wenn man die dann durchwinken muss, dann führt das eben zu Stockungen. Und man möchte natürlich nicht die willkommenen Reisen irgendwie behindern. Deswegen ist die Data-Fizierung oder die Smart-Fizierung der Grenze sehr interessant. Sie macht diese Art von Grenze, macht uns selber auch in gewisser Weise zu mithelfenden Selbstkontrolleuren. Das wissen Sie ja auch manchmal, dass Sie dann Ihren Pass selber einscannen müssen, dass Sie sich vor so eine automatisierte Kontrollestation stellen müssen, wo Ihr Gesicht vermessen wird oder Ihre Iris gescannt wird und diese Daten dann mit dem Pass abgeglichen werden, mit den dort hinterlegten biometrischen Informationen. Das heißt, wir werden eigentlich zu Selbstkontrolleuren. Das wird so eine Mensch-Maschine-Interaktion. Und das spart natürlich auch unglaublich viel Personal an Grenzen. Und es ist natürlich auch eine sehr, sozusagen aus sicherheitspolitischer Perspektive, eine sehr gute Möglichkeit, Menschen eineindeutig zu identifizieren, weil man über biometrische Marker geht und eben nicht so an der Schlagbaumgrenze, wo jemand guckt, ja sieht er jetzt so aus wie das Passbild. Und dann irgendwie so eine Vermutung anstellt, sondern wo man wirklich sehr eineindeutig Menschen zu diesen biometrischen Informationen ins Verhältnis setzen kann. Diese neuen Smart Borders sind also eigentlich geeignet, auch unter Bedingung von Globalisierung relativ gut zu funktionieren, weil sie hohes Personen-Passagieraufkommen bewältigen können und weil sie sehr effizient in der Klassifizierung sind. Das heißt, man kann eigentlich die grenzüberschreitende Bewegung für diejenigen, die willkommen sind, immer leichter machen. Die EU hat vor einigen Jahren auch schon erste Pilotprojekte zu sogenannten Kontroll-Avataren laufen lassen in Griechenland und in Lettland. Das Projekt heißt e-Border-Control und auch da werden Menschen zum selbstständigen Einscannen des Reisepasses aufgefordert und sie hinterlassen ihren elektronischen Fingerabdruck. Dann werden sie aber von einem Avatar befragt, der da auf dem Bildschirm erscheint, zu Reisegrund, Reiseverlauf und zum mitgeführten Gepäck. Was wird dann weitergemacht? Dann werden die Mikroexpressionen dieser Person, 38 in der Zahl, registriert und ausgewertet, um dann darauf zu schließen, ob eine Person vertrauenswürdig ist, ob sie die Wahrheit sagt. Das ist so eine Art Lügendetektor, das ist von der EU-Forschungsförderung finanziert worden und die Versuche, die darin stecken, sind bestimmte Intentionen von Menschen auch dann auszuforschen. Und im Prinzip diese Verbindung von biometrischen Daten, also eine eindeutige Identifikation der Person über Körpermerkmale, wie auch die Möglichkeiten sozusagen, diese Informationen mit weiteren Daten zusammenbringen, das ist nochmal ein qualitativer Sprung im Kontext dieser Grenzkontrolle. Wir haben heute auch viele freiwillige Systeme, die schon existieren, wo Leute sich selber so zu Trusted Travelern machen können, indem sie vorab Daten abgeben, zum Beispiel ihre sozialen Mediendaten, in den USA gibt es das, oder Finanztransaktionen, ihren Kontostand, also dass bestimmte Informationen hochgeladen werden, in eine App hineingeladen werden, dass dann auch biometrische Informationen da hineingeladen werden und man dann in den USA bezahlen, die Leute sogar dafür fast 180 Dollar im Moment und dann kommen sie in so eine Fastlane auf dem Flughafen, so wie wir das auch für EU-Bürger kennen. Sie können dann aber einfach durchlaufen. Also sie werden dann gar nicht mehr kontrolliert, sondern beim Durchlaufen wird eigentlich gecheckt, wer sie sind. Und das ist im Prinzip die unsichtbare Grenze oder die Grenze, die aus dem kognitiven Horizont verschwindet und nicht anders funktioniert, als eine gläserne Kaufhaustür, auf die wir uns zubewegen, die uns erkennt, sich dann öffnet und hinter uns wieder schließt. Natürlich geöffnet bleibt, geschlossen bleibt für die, die nicht willkommen sind. Also das ist diese kontaktlose Walkthrough-Border, wie ich das mal genannt habe. Also da geht man einfach drauf zu. Das ist eine Grenze, die findet für die Willkommenen gar nicht mehr als Grenze statt. Dann spielen natürlich Algorithmen eine große Rolle zur Risikoklassifikation. Wir wissen, dass es Probleme mit der Datenqualität gibt, natürlich auch sozusagen mit den Rechenvorschriften der Algorithmen selbst. Aber es wird tatsächlich in Anwendung gebracht, zum Beispiel bei der Vergabe von Visa, aber natürlich auch bei der Risikoklassifikation an der Grenze selbst. Es gibt im Moment eine große Bewegung, diese Systeme nicht nur einzelstaatlich zu betreiben, sondern zu internationalisieren, also andere Länder zur Nutzung bestimmter Technologien aufzufordern oder sogar zu erzwingen. Die EU hat Kooperationsbeziehungen zu Ländern Westafrikas, wo die Länder eben sich auch verpflichten, zum Beispiel biometrische Informationen in Pässe hineinzugeben oder neue ID-Karten auszugeben. Und das ist alles sozusagen mit dem Ziel doch der vollständigen Registrierung und sozusagen der eindeutigen Identifizierung von mobilen Personen. Und wir haben natürlich eine starke Involvierung von Technologieunternehmen. Das können Staaten nicht selbst, sondern sie brauchen dafür eigentlich Public-Private-Partnerships, Leute oder Unternehmen, Technologieunternehmen, die das mit ihnen zusammen machen. Eine sehr wichtige Firma ist die Firma Clear in den USA, die nach dem 11. September entstanden ist. Und die haben jetzt zum Beispiel diese Check-in-Technologien, die sie am Flughafen entwickelt haben und da im Einsatz haben. Die haben sie im Prinzip auch in die Fläche gebracht im Zuge der Covid-Pandemie. Das sind eigentlich so ähnliche Technologien. Man geht auch ins Restaurant oder auf den Campus oder in die öffentliche Bibliothek, muss sich einchecken mit dem QR-Code, wenn es geht, noch mit Gesundheitsinformationen, die da zugeladen werden. Also das heißt, das, was als Risiko betrachtet wird, ist historisch und sozial natürlich variabel. Das kann sich auch immer wieder verändern. Also Risiko wird hier verstanden, von mir verstanden, auch als politisch konstruierter und gesetzter Begriff. Und was heißt das eigentlich, wenn man so eine Grenze hat, solche Technologiegrenze, dass der Ort der Grenze möglicherweise nicht mehr ganz so entscheidend ist. Also die Grenze findet nicht mehr unbedingt am Grenzverlauf statt oder am Eintrittspunkt, also auf dem Flughafen, sondern die Grenze kann im Prinzip in den öffentlichen Raum hineinwandern. Das ist in Europa nicht der Fall, weil wir relativ strikte Datenschutzregeln haben, die mir auch noch nicht strikt genug sind. Aber im globalen Vergleich sind sie sehr, sehr strikt. Aber viele andere Länder können diese biometrische Information weiter nutzen. Und wenn man Kameras, zum Teil hunderttausende Kameras im öffentlichen Raum sind, dann kann eine Person, die man, die jetzt zum Beispiel mit einem Visum legal geblieben ist und über den Ablauf des Visums hinaus dann da bleibt, also sogenannte Visa-Overste, dann kann man die an jedem öffentlichen Ort, wo eine Kamera hängt und die Leute beobachtet, wiedererkennen und diesen Ort auch zum Grenzkontrollort machen. Das sind dann Bahnhöfe, öffentliche Plätze, sonstige Dinge überall da, wo im Prinzip solche Informationen wieder zusammengespielt werden. Die EU selber baut ja auch ein sogenanntes Entry-Exit-System, dass man eben vollumfänglich Drittstaatenangehörige dann auch registriert, wenn sie nach Europa reinkommen und dann wieder im Prinzip auslockt, registriert werden, wenn sie rausgehen und man weiß dann genau das Delta, wer ist eigentlich nicht rausgegangen, müsste eigentlich und die kann man natürlich mit solchen Technologien im öffentlichen Raum dann auch immer wieder aufspüren und dann möglicherweise auch zurückführen. Gut, das ist hier so ein, sozusagen die Werbung für so ein Trusted-Traveler-Programm in den USA, wo man auch so keine Paperwork mehr, No-Processing-Lines und so weiter, ist alles ganz einfach und ihr könnt dann zu willkommenen, sozusagen sehr leichtfüßigen, grenzüberschreitenden Reisenden werden. Für euch spielt die Grenze eigentlich keine große Rolle mehr. Ihr müsst nur freiwillig eure Daten abgeben. Also die Datenspende und die Mobilitätsfreizügigkeit, die werden da so miteinander verknüpft, ist eigentlich eine Tauschbeziehung, die man da eingebt und je mehr Leute das dann im Prinzip machen, desto stärker wird vielleicht auch der Druck, der normative Druck, aber desto länger werden wir auch die Schlangen bei denjenigen, die es nicht machen, weil man die dann auch zwingen möchte, diese freiwillige, in diesen Datenvoluntarismus, dass sie selber ihre Daten abgeben, um dann auch daran partizipieren zu können. Gut, das hier sind auch solche Maschinen, also mit Eye-Tracker, die auch an Flughäfen stehen oder mit biometrischen Identifikationen. Das braucht überhaupt keine Person mehr, das kann man alles selbst machen. Also es gibt ja sozusagen in der ganzen Diskussion auch so zu neuen Konsum- und Dienstleistungen, dass man immer so zum mithelfenden Mitarbeiter wird. Man muss ja jetzt auch in der Kasse schon selber dann einscannen und so weiter und bezahlen. Und ähnlich ist das beim Flughafen auch. Also eigentlich wird die Kontrolltätigkeit an einen selber delegiert. Also man muss dann alles selbst machen und eine dritte Person ist da überhaupt nicht mehr dabei. Und hier, das ist in Dubai ein sogenannter Smart Tunnel. Das ist im Prinzip die Grenze der Zukunft, wie ich sie charakterisiert hat. Also da geht man durch, man läuft einfach, man läuft einfach hindurch. Der Unterschied ist eben, an der klassischen, traditionellen Schlagbaumgrenze ist man hingekommen und dann hat man das erste Mal Kontakt mit dieser Grenze gehabt. Hier kennt einen die Grenze schon, wenn man kommt. Die hat ja schon alle Daten überein. Das heißt, es ist einfach nur sozusagen eine neue Datenzapfstation, wo wieder registriert ist, wo man sich bewegt hat. Aber ansonsten gibt es immer nur wieder einen Datenabgleich. Das ist eigentlich die Grenze der Zukunft und viele Leute sprechen jetzt davon, dass wir eigentlich sozusagen die Papiergrenzen, also die Stempel, die Pässe, die Erlaubnisscheine, dass wir die in Zukunft gar nicht mehr brauchen, sondern dass wir nur noch virtuelle Grenzen haben und sogenannte Face Passports. Also unser Gesicht wird eigentlich unser Türöffner oder Türverschließer. Gut, für das andere, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, das sehe ich doch schon. Also ich habe noch zwei kleine Punkte, die mache ich aber ganz kurz. Ist aber auch ganz wichtig, wenn man die Grenzen von heute verstehen will. Auch hier wiederum, der Grenzverlauf sagt uns heute gar nicht mehr so viel über die Grenze. Es gibt eine Grenze 1, das ist sozusagen der territoriale Saum eines Staates. Das ist auch das, was wir häufig imaginieren, wenn wir über Grenze sprechen. Es gibt eine Grenze 2, das ist der Ort, wo Kontrolle stattfindet. Das beides bewegt sich auseinander. Wenn ich von Berlin nach Wien komme, dann ist die Grenze natürlich gar nicht mehr spür- und sichtbar. Ich werde ja auch überhaupt nicht kontrolliert. Das heißt aber nicht, dass Österreich oder Deutschland keine Grenzen mehr haben. Diese Grenzen sind zum Teil an der europäischen oder an der Schengen-Grenze gebündelt. Sie sind aber noch viel, viel stärker verlagert in Herkunfts- und Transitländer. Die europäische Außengrenze, die ist heute in der Sub-Sahara, in Niger oder anderen Ländern dieser Region, die dann eingebunden werden in Grenzkontrollambitionen möglicher Zielländer von Migration. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, dass heute mobile Personen sich nicht mehr auf Grenzen zu bewegen, sondern Grenzen sich auf potenziell mobile Personen zu bewegen. Also die Grenze wird selbst beweglich. Und das ist das Interessante. Also in der Globalisierung wird die Grenze selbst global. Also die Grenze ist selbst ein globales Unternehmen. Zum Beispiel eben durch die Zirkulation von Daten im internationalen oder supranationalen Kontext, aber eben auch durch die Bewegung der Grenzkontrolle selbst oder das Einbinden von Transit- oder Herkunftsländern in Grenzkontrollaufgaben. Und diese Länder bekommen dann finanzielle Ausstatt und dafür, sie müssen Kooperationsverträge unterschreiben, etc. Und warum macht man das? Ja, warum? Weil man sich an bestimmte liberale Normen selbst gebunden hat, verfassungsmäßig oder durch internationale Rechtsetzung. Und diese internationalen Normen heißen eigentlich, dass man zum Beispiel Geflüchteten bestimmte Schutzrechte einräumen muss, sobald sie das Territorium erreichen. Also unsere Rechtsnormen sind in der Mehrzahl territorial definiert. Das heißt, um das zu umgehen, müssen Staaten eine ganze Menge tun, um die Leute in einer Form von Remote Control am langen Arm zu halten. Die Drittstaatenregelung ist ja eigentlich nichts anderes als ein Versuch, im Prinzip eigene Selbstverpflichtungen abzuweisen. Und das ist im Prinzip so etwas, wenn man jetzt von Drittstaaten umzingelt ist, als würde man Leuten, die Asyl auf einer Insel beantragen müssen, sagen, sie müssen jetzt über den Landweg einreisen und dann kriegen sie Asyl. Also genauso sicher sind im Prinzip solche Möglichkeiten über solche Vorverlage oder Exterritorialisierung von Kontrolle, sich erstmal dieser Selbstverpflichtung zu entledigen. Gut, das ist mein allerletzter Punkt, das ist die Makroterritorialisierung, das kennen Sie alle aus dem Schengen-Raum, aber es gibt ganz, ganz viele regionale Integrationsprojekte, bei denen Binnenmobilität oder Mobilitätserleichterung für die Mitgliedsländer oder für die Bevölkerung der Mitgliedsländer in den Präambeln steht, zum Teil eben auch durchgesetzt ist, auch in Mercosur gibt es eigene Abfertigungsschleusen auf Flughäfen für Mercosur-Bürger, wir haben das ASEAN-Reiseerleichterung, Eco-Was gibt es, Freizügigkeit, also sozusagen die regionale Komponente, die sollte man nicht unterschätzen, deswegen nenne ich sie auch noch, da findet man häufig eben Phänomen, dass man eine Deinstitutionalisierung oder eine größere Durchlässigkeit von Binnengrenzen zwischen den Mitgliedsländern findet und zugleich Aufbau- und Härtung oder eine Standardisierung der Außengrenzen im Hinblick auf das, was da gemacht wird und der Schengen-Raum oder auch früher schon die Nordische Passunion zwischen den skandinavischen Ländern sind Pionierentwicklungen, ob andere sich in dieselbe Richtung entwickeln, können wir heute nicht sagen, aber es gibt zumindest im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Integrationsprozessen im regionalen Kontext auch Versuche, Mobilität zu erleichtern. Die können Sie dann wegnehmen, das ist ein Piri dazu, aber ich hoffe, Sie glauben mir, dass das tatsächlich so ist. Also ich komme zu meiner letzten Folie. Also es gibt eben so etwas wie globalisierte Grenzen. Es gibt nicht globalisierte Mobilität, sondern nur eine Bifurkation oder Polarisierung von Mobilitätsberechtigung und Möglichkeiten und wie wird das erreicht, dadurch, dass die Grenze sich selber globalisiert. Und verbunden ist das mit einer stärkeren Hierarchisierung globaler Mobilitätsrechte mit Gewinnern und Verlierern und das sind jeweils die Usual Suspects. Es gibt eine starke Versicherheitlichung von Mobilität nach 9-11, aber natürlich auch im Kontext der Corona-Pandemie, dass zum Beispiel Gesundheitsinformationen relevant werden beim Grenzübertritt. Das haben wir uns lange auch nicht vorstellen können, aber es war auch immer da in vielen Ländern und möglicherweise wird das in der Zukunft auch eine größte Rolle spielen. Und wir haben keine so ganz klar getrennten nationalen Container oder Kompartimente mehr, sondern wir haben überlappte Kontrollräume, das heißt eine Grenze, dass die nur am Ende des Staates oder des Territoriums stattfindet, das ist eben nicht mehr der Fall, sondern ich würde sagen mit Etienne Balibar, also die Grenze ist dort, wo Kontrolle stattfindet oder in Mobilität interveniert wird. Und dann ist die Grenze natürlich an ganz, ganz vielen Orten. Das ist ein anderes Grenzverständnis als unseres, das immer noch so eine starke territoriale Fixierung hat. Also wie gesagt, die Grenzen, denke ich, sind auch sozusagen Produzenten von Mobilität und Immobilität und zugleich Ungleichheitsgeneratoren. Ich habe ja gesagt, beim Visum und auch bei den fortifizierten Grenzen spielt die Frage der globalen Ungleichverteilung oder auch der Wohlstandsgefälle die allergrößte und dominante Rolle und solange die Welt so ungleich ist, wie sie ist, solange wird es auch so starke Grenzen und so starke Formen der Sortierung angrenzen geben. Vielen Dank. Vielen Dank.